Hallo, ich bin der Sebastian und ich zeige dir heute, wie du eine tolle neue Attraktion für deinen Park gewinnen kannst. Schau rein! Es ist Muttertag in deinem Park und es gibt die passenden Dekorationen. Es gibt ein Tischgedeck, eine Muttertagstorte, ein Rosentorbogen, Rosenzäune, ein klein Herzteich, eine Nilpferd-Muttertagsstatue, ein kleines Herznest, eine rosa Herzsäule und eine rosa Rosensäule. Über diese Deko freut sich nicht nur jede Mutter. Durch diese Gegenstände kannst du Muttertagsrosen sammeln, die du dann am Ende gegen tolle Gewinne eintauschst. Je mehr Muttertagsdeko du rumstehen hast, desto mehr Punkte bekommst du, die dir auf diesen Karten angezeigt werden. Du bekommst am Ende alle Geschenke, die du bis zum Ende der Aktion erreicht hast. Es gibt eine Komfortkarte für Glücksräder, eine Komfortkarte für Läden auffüllen, einen Goldbooster, die Anubis-Statue und wenn du die Höchstpunktzahl hast, bekommst du den Rosenschießstand. Die Anubis-Statue und der Rosenschießstand sind nicht im Shop verfügbar und sind nur bei dieser Aktion zu bekommen. Die Aktion läuft nur noch bis zum 22. Mai. Also leg dich ins Zeug und bereite den Müttern unter deinen Besuchern viel Freude. Es gibt noch weitere Videos zum MyFantasticPark. Klicke auf den linken Knopf. Um das Spiel kostenlos zu spielen, drücke den mittleren Knopf. Um unseren Kanal zu abonnieren, drücke den rechten Knopf. Schenke auf den linken Knopf.